Hallo zusammen, es ist Mittwochabend, was haben wir denn, den 27. März, 17.33. Sorry, meine Stimme ist ein bisschen belegt, ich hoffe, ich bekomme das alles hier so richtig rüber. Wenn nicht, müsste man mal die Geschichte ein bisschen lauter machen. Tut mir leid. Also als erstes geht ein Riesenlob an den Jörg Scherer. Aber letzten Donnerstag war das, hat er ja gesagt, dass die K-Woche eine gute Woche ist. Oder war das Mittwoch, ich weiß es nicht mehr, eine gute Woche ist. Ich bin nicht so ein Statistiker, aber er macht das halt wirklich jeden Tag. Und er lag er gut, wir waren unter 18.000 und na gut, jetzt waren wir heute bei 18.540. Also das Zeug funktioniert schon, wie gesagt, ich bin da nicht so scharf drauf, aber er beweist mir immer wieder das Gegenteil. Also Jörg, von dieser Stelle allen, herzlichen Glückwunsch, hast du gut gesehen. Die Woche ist noch nicht fertig, aber das sieht eigentlich soweit ganz okay aus, dass du da diesen Einsatz gewinnst. Das nächste Bier geht auf mich. Bevor ich mit dem DAX anfange, ich habe viele von den Werten, die ich hatte, das meiste habe ich jetzt verkauft. Ich habe jetzt, Lufthansa habe ich noch. Wo sind sie? Komm her. Lufthansa. Aber das war soweit auch alles in Ordnung, dass er zumindest die Putz, die ich schmeißen musste, die 18.380er, die ich bei 18.300 irgendwo geschmissen habe, das hat die verschmerzen lassen. Aber die werden bei mir auch gestoppt, die Lufthansa aus der Tagesstadt, wenn wir unter das Tief von heute gehen, dann werden die gestoppt. Ansonsten lasse ich die erste Mal nur laufen, jetzt sind sie wenigstens über der 20-Tage-Linie. So weit ist das alles hier noch okay. Es ist kein Verkaufssignal. Und ich habe neu aufgenommen, Kering. Klassischer Fall, Moment, muss ich hier ein bisschen runter machen. Die hatten keine schönen Zahlen, wegen Gucci sind gefallen und da haben sie mal kurz reagiert und immer weiter gefallen. Das Band ist weiter aufgegangen. Erst durch gestern hat das obere Band, das der Bewegung gegengesetzt hat, die Richtung geändert. Und seit gestern, seit 358 oder sowas, bin ich long. Das gucke ich mir jetzt mal weiter an, aber ich habe die jetzt auch schon abgesichert. Abgesichert, weil ich mache jetzt natürlich am Freitag keinen Film, ist ja keine Börse. Das heißt, ich mache heute diesen, aber am nächsten Mittwoch wird es schwierig, weil ich bin auf Reisen. Und da komme ich erst am Mittwochabend sehr spät wieder, das schaffe ich nicht. Da mache ich also nur eine nächste Woche am Freitag. Manche Aktien bewegen sich überhaupt nicht, sowas wie BMW oder auch Daimler. Da ist auf meinem Tinder-Konto mehr los, als bei denen hier im Umsatz im Chart. Schon erstaunlich. Aber gehen wir zum DAX selbst. Nach wie vor phänomenale Rallye. Jeder Dip von 20, 30 Punkten wird gekauft. Die Shorts werden richtig gegrillt. Hätte mir das einer gesagt, jetzt hier am 20.02., dass wir einen Monat später 1.400 Punkte höher liegen, hätte ich ihn auch gefragt, was er raucht. Ganz ehrlich. Aber es ist so, man darf sich nach wie vor nicht dagegen stellen. Ich habe das gemacht mit diesem Putz, mit diesen 18.380er. Habe ich auch die Nase bekommen, aber die Long-Aktien haben es abgefedert. Dennoch bin ich jetzt eine Position im Putz Long. Aber das sind keine K.O.-Scheine. Und zwar will ich euch das hier zeigen. Das ist der VDAX New. Und zwar seit 1900, das müsste sein, 93 ungefähr. Der ist auf einem, was ist denn das, das ist fast seit 96, 97, auf dem Niveau, fast auf dem Niveau von 1997. Das kann der eine Zeit lang halten. Die Volatilität, die gerechnete, ist bei 12,15. Das liegt daran, dass wir hier keine Schwankungen haben in dem Markt, sondern wir haben ein Directional Movement. Das heißt, wir haben nur eine Richtung ohne nennenswerte Schwankungen. Deswegen kommt die runter. Irgendwann kommen da wieder Schwankungen rein. Was ich gekauft habe, ist ein 18.300er normaler Optionsschein Put zu einer Volatilität von 14,57. Da habe ich jetzt bis, ich glaube, 20. Juni 2025 Zeit. Ich gehe jetzt nicht unbedingt, oder ich will gar nicht hoffen, dass es solche Peaks hier gibt. Aber so eine 20 bis 25 rechne ich mir schon auf. Und das wird allein den Optionen schon helfen, selbst wenn die Richtung nicht stimmen sollte. Aber damit habe ich alles Mögliche abgesichert, was ich überhaupt absichern will. Ich fand den günstig und das muss ich einfach machen. Als alter Optionshändler muss ich sowas machen. Mein Depot ist komplett abgesichert. Egal, was da ist passiert. Nochmal, wir liegen also, es ist unfassbar, wie der wirklich einen Tag nach dem anderen hier hochzieht. Man sieht es auch daran, dass der Unterschied, was ich immer wieder erwähne, zwischen Nasdaq und DAX. Neulich war Nasdaq 800 Punkte über dem DAX. Jetzt ist der DAX 270 Punkte über der Nasdaq. Wir koppeln uns hier völlig von den Amis ab. Wir rennen auch den anderen europäischen Märkten weg. Deutschland ist toll, alles ist super. Es ist die schönste aller Welten. Ist so. Es gibt es natürlich schon den einen oder anderen, der sagt, ja, das ist wegen Quartalsende und Bewertung und so. Ach, weiß ich nicht. Da gebe ich eigentlich auch nicht so viel drauf. Ich glaube nicht mehr, dass das so der Fall ist. Aber Gott sei Dank, warum nicht? Man muss hier jederzeit mit einer Korrektur rechnen, die durchaus mal 200, 300 Punkte sein kann. Allein mir fehlen die Signale. Ich mache mal das hier raus. Mir fehlen die Signale. Es ist alles hier weiter positiv über den Trendfolger. Moderne und traditionelle Sichtweise. Die ist doch hastig. Die ist natürlich heftigst überkauft. Aber das ist egal. Es gibt kein Verkaufssignal. Ich habe keins. Ich habe von hier vom Chart kein Verkaufssignal. Selbst wenn ich jetzt hier im Chart Unterstützung suchen muss, dann bin ich hier bei 17.600. Das ist diese. Vorher habe ich so nichts. Zumindest nicht auf dem Tageschart. Aber Mittwoch schaue ich ja ganz gerne mal in die vier Stunden. Jetzt muss ich auch den hier wieder rein machen. So. Von den vier Stunden habe ich diesen Bereich hier von unten anfangt. Das ist 18.050. Aber vorher kommt auch noch dieser Bereich, die 18.200. Da kann der locker mal drüber fallen, runterfallen. Aber dann ist nichts passiert. Gar nichts. Auch hier ist doch hastig extrem überkauft, aber nicht mit dem Hauch eines Verkaufssignals. Gar nichts. Das gleiche gilt auch für das MRCD. Es ist nach wie vor alles in Ordnung. Ich kann jetzt schon eins versprechen. Wenn wir mal irgendwann 100 Punkte fallen oder von mir aus 150 Punkte, wenn wir das fallen, dann sind die Nachrichten, DAX unterbricht seine Rallye oder reinigendes Sommergewitter. Lauter so Geschichten werden dann kommen. Ich bekomme für den Index selbst Verkaufssignale erst, ich glaube, das ist unter 17.500. Nee, unter dieser 17.600. Ich gehe nochmal auf den Tag. Hier drunter. Ja, nee, das ist, Moment. Wo war er denn? Hier. Erst dann bekomme ich mal so etwas wie ein Verkaufssignal, ein bestätigtes. Aber bis dahin ist gar nichts. Wirklich dagegen zu halten, ist hier wenig ratsam. Ich muss da auch die Scheine ändern. Da ist nämlich der eine, ist genockt worden. Zum einen habe ich jetzt hier nochmal einen höheren Call reingenommen, 17.900 Einer. Der ist 600 Punkte weg. Das finde ich in Ordnung. Aber ich habe es das erste Mal, auch das hätte ich vor einem halben Jahr nicht gedacht, dass das machen, 19.000er Putt drin. Und der hat jetzt schon einen Hebel von 32. Boah, jetzt geht die Stimme ganz weg. Jetzt schon einen Hebel von 32. Ich habe keine griffigen Verkaufssignale, also gehe ich auch keine Zertifikate irgendwie. Also Putz, Long, mache ich nicht. Das hat einfach keinen Sinn. Dazu muss ich noch warten. Die Hosse nährt die Hosse. Das ist ein uralter Spur an der Börse. Und da muss man einfach schauen, wie weit die geht. Man kann es nicht sagen. Die kann jetzt hier jederzeit aufhören. Und die kann aber auch noch 200 Punkte weitergetragen werden. Ich versuche die Long-Position in den Aktien zumindest abzusichern. Dann, siehe Kering, oder dann auch irgendwann einen Stopp reinzulegen im Profit, siehe Lufthansa. Und ansonsten halte ich mich ziemlich ruhig. Ich wünsche euch ein schönes Osterfest, schöne Eiertage. Auf denne. Bye, bye.